So, hi Kids, hier beim Training. Heute diesmal mit Erik, wie letzte Woche versprochen. Genau, und mit Tommi heute auch wieder dabei. Wir hatten ein Geburtstagskind. David, alles Gute nochmal von uns, ne? So, dann würde ich sagen, fangen wir an mit dem Training. Erwärmung, oder? Erwärmung. Los geht's! So, erste Übung der Erwärmung. Der Hampelmann oder auf Neudeutsch die Jumping Jacks. Achtet darauf, dass die Füße, wenn die zusammen gehen, dass die Hände auseinander sind. Genau, das Ganze machen wir jetzt ein bisschen länger. Zehn Sekunden, ne? Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und stopp! So, als nächstes kommt der Ausfallschritt oder die Longs und zwar vorwärts diesmal. Achtet darauf, dass wenn euer rechtes Bein vorne ist, ja, dass da ein rechter Winkel ist und hinter der Beine, dass da auch ein rechter Winkel ist. Dazu nehmen wir jetzt den linken Arm und versuchen auch einen rechten Winkel zu machen. Immer im Wechsel, ne? rechtes Bein, linker Arm, linkes Bein nach vorne, rechter Arm nach oben, ein Fußverschritt. Das Ganze machen wir jetzt zehn Mal. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und null. Kommen wir zur dritten Übung, die Kniebeuge oder auch neudeutsch die Squats. Achtet darauf, dass, genau, dass die Hände, wenn die vorne sind, ja, dass sie dann schön runter geht. So haben wir das früher gemacht, oder? Okay, so haben wir es früher gemacht, Hände nach vorne. Im Sportunterricht. Es ist viel cooler, wenn man die Hände immer wie so ein Dreieck macht. Also, Hände zum Dreieck zusammen, ne? Den Bauch festmachen, möglichst gerade runter. Die Knie schieben sich leicht über die Vorspitzen, über die vorderen Fußspitzen. Genau, und dann versucht ihr einen ganz harten Bauch zu machen. Und immer runter und hoch. Fünf, vier, drei, zwei, eins und null. So, wir gönnen unseren Füßen mal und unseren Beinen eine kleine Pause. Und nehmen jetzt mal unsere Arme und machen damit mal einen Kreis. Und zwar lassen wir sie nach vorne rotieren, diesmal. Lieber da auch langsam und ordentlich machen, die Arme schon durchstrecken. Große Kreise machen, ganz große Kreise. Fünf, vier, drei, zwei, eins und null. Jetzt kommt Club Jacks, der Hampelmann quasi, wie sagte man früher. Aber diesmal klatschen wir nach vorne. Genau, wir klatschen diesmal nach vorne. Das heißt, wenn wir zusammen klatschen, dann klatschen wir beide zusammen. Genau, prima. Und noch zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und null. So, wir kommen wieder zu unseren Ausfallschritten zurück. Ja, diesmal werden wir sie aber nach hinten machen. Gerade eben haben wir sie nach vorne gemacht, jetzt machen wir sie nach hinten. Also das rechte Bein nach hinten. Ja, schön auf den rechten Winkel achten. Auch das vordere Bein, rechter Winkel. Und dann das rechte Bein nach hinten und der linke Arm. Genau, super. Das machen wir jetzt auch ungefähr zehn Mal. Neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und null. Genau, jetzt machen wir die Squats nochmal. Aber diesmal nehmen wir noch ein Element dazu, nämlich den Sidekick. Das heißt, wir gehen wieder runter, gehen hoch und dann machen wir einen Schritt zur Seite. Genau. Linkes Bein, rechtes Bein. Achtet darauf, dass der Bauch immer hart ist, dass dir die Knie über die Fußspitzen schiebt. Eins, sechs, sieben, vier, drei, zwei, eins und null. So, wir gönnen unseren Bein wieder eine kleine Pause und nehmen diesmal wieder die Armkreise. Diesmal machen wir sie aber rückwärts, genau. Das ist wichtig, wieder die Arme zurückkreisen, schön durchstrecken, den Oberkörper auch gerade versuchen zu lassen. Ja, und dann große Kreise machen. Oh, bei den Älteren knackt es an dem Rücken. Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und null. So, als nächstes auf der Stelle laufen, sogenannte Skipping. Ne, genau. So schön, die Schritte schön sauber zu machen, auf der Stelle zu laufen. Noch hier ein bisschen schneller werden. Genau. Genau, und jetzt können wir, super, noch schneller, noch schneller. Fünf, vier, drei, zwei, eins, eins, eins und null. So, jetzt vor der Übung machen wir die hohen Knie. Ja, genau, wir können die Arme so ein bisschen nach vorne machen, immer als Hilfestellung. Und dann versuchen wir immer unser linkes Knie, genau, an die Arme anzuschlagen, rechtes Knie immer im Wechsel. Genau. Wenn ihr das könnt, könnt ihr das auch ein bisschen schneller versuchen. Fünf, vier, drei, zwei, eins und null. Achso, und jetzt stellen wir uns wie in einem Stern auf. Letzte Übung, genau. Und versuchen jetzt unsere Hände an die Zehenspitzen zu bringen. Und immer im Wechsel. Linker Arm ans rechte Bein, oder an den rechten Fuß. Linker Arm ans rechte Bein, genau. Und rechter Arm ans linke Bein, genau. Immer im Wechsel. Achtet darauf, dass ihr euch schön gerade hinstellt. Ja, dass ihr immer wieder nach oben geht, schön zurück geht. Die Arme versucht gerade zu lassen, die Beine versucht gerade zu lassen. Genau. Fünf, vier, drei, zwei, eins und Schluss. Das war die Erwerbung. Nachdem alle warm sind, haben wir jetzt quasi unser kleines, wie so ein Viereck aufgebaut. Und zwar beachten wir mal nur den äußeren grünen Kegel in dem Fall. Und dann die Mauer und den äußeren roten Kegel und den blauen Kegel. Das ist sozusagen unser Viereck am Anfang. Und dort wird Erik erstmal rundherum laufen. Ein bisschen wieder an den Ball gewöhnen. Um die rote Wand kannst du ruhig rundherum laufen. Dann sieht das ja komisch aus, dass er auf einmal wieder ins Viereck reinläuft. Genau. So, Erik hat jetzt die dritte Runde, wo er sich jetzt warm gemacht hat. Jetzt probieren wir mal nur den rechten Fuß zu nehmen. Genau, wenn wir nämlich nur einen Fuß nehmen, dann müssen wir immer gleichzeitig die Außen- und die Innenseite nehmen. Und dann wechseln wir mal auf den linken Fuß. Erik hat jetzt auch schon die Sohle mitgenommen. Also ihr habt nicht nur die Außen- und die Innenseite, sondern könnt ihr ab und zu auch die Sohle mitbenutzen. Und jetzt probieren wir es mal mit dem Pendeln. So dass da sozusagen immer die beiden Innenseiten hin und her, rechter Fuß, linker Fuß, schön im Wechsel. Macht ruhig euer eigenes Tempo. Aber wenn ihr sicher werdet, könnt ihr wieder ein bisschen schneller werden. Wenn ihr merkt, oh der Ball rollt mir doch zu doll weg, dann werdet ihr wieder ein bisschen langsamer. So dass ihr den Ball schön im Wohlfühltempo vor euch herführt. So jetzt kann Erik ja mal probieren rückwärts mit der Sohle den Ball hinterherzuziehen. Wenn ihr schwach werdet auf einem Fuß, dann nehmt ihr einfach den anderen. Super. Und mit der Sohle könnt ihr den Ball auch seitlich führen. Am besten Blickrichtung immer ins Feld hinein. Und dann wie ihr seht, Erik läuft mit einem Fuß immer vorwärts. Mit dem anderen zieht er dann den Ball hinter sich her. Quasi wie der Scherenlauf. Jawoll. Aber ums Viereck rundherum, Erik. Mit Blickrichtung ins Viereck. Jawoll. Jawoll. Jetzt haben wir es. Super. Habe ich noch was vergessen? Wie können wir den Ball noch führen? Das war's, oder? Ja, das war's. Okay, da sind wir jetzt auch mit der Beiführung warm. Neue Übung. Wir starten jetzt diesmal an der Seite des Kegels, wo ihr die Linie aufgebaut habt. Wir laufen jetzt im Slalom an den Kegeln immer vorbei. Und nehmen am Anfang einfach mal, so wie ihr es könnt, linke Beine, rechte Beine. Wenn ihr da seid, wieder zurück. Komm, wir machen. Wieder zurück. Erstmal so kennenlernen. So, das ist die Linie, die ihr fahrt. Wenn ihr jetzt diesmal am Ende seid, sucht ihr euch an der Seite aus. Links lang. Hauft um den Kegels rum. Und geht wieder zurück. Das macht ihr ein paar Mal. Immer im Wechsel. Du kannst jetzt rechts lang. Rechts lang. Genau, könnt ihr immer im Wechsel machen. Ja, links lang. Als nächstes. Als nächstes. Prima. Wenn ihr das raus habt, dann nehmt ihr jetzt als nächstes mal nur eure Innenseite. Immer. Ja. Genau. Mal Wechsel. Links Bein, Rechts Bein. So. Genau. Wieder außen lang. Und wieder links lang. Prima. Wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, könnt ihr jetzt mal eure Außenseiten probieren zu nutzen. Genau. Macht ruhig das alles in eurem eigenen Tempo. Ja. Hier ist das ja schön drauf. Achtet, dass ihr die Außenseiten benutzt. Das ist das Wichtige. Ja genau. Immer im Wechsel. Links lang. Rechts lang. Genau. Jetzt probiert Tommy einfach nochmal das Pendeln so ein bisschen durch. Wir machen jetzt noch eine größere Steigerung. Schwierigkeitscut. Schön pendeln. Genau. Dann wieder außen lang laufen. Genau. Und dann pendeln wir wieder durch die Keke durch. Prima. So. Jetzt letzte Übung. Dazu für das Beigefühl werden wir jetzt wieder probieren die Sohle zu nehmen. Und den Ball immer, den Fuß immer über den Ball zu streicheln. So müsst ihr euch das vorstellen. Genau. Ihr streicht den Fuß über den Ball rüber. Ihr seht, dass ihr dann so auch an den Hindernissen vorbeikommen könnt. Genau. Immer schön rüber streicheln. Perfekt. Prima. Genau. Immer schön probieren. Beide Füße sind am Anfang nicht so richtig klapp. Das ist nicht das Problem. Wir machen jetzt Training. Da dürfen Fehler immer passieren. Genau. Schön nochmal rüber streicheln. Perfekt. Sehr gut. Startpunkt diesmal der blaue Kegel. Und zwar sucht ihr euch eins der beiden Tore aus. Erik hat jetzt das rechte Tor genommen. Also wir haben hier das Farblicht markiert. Einmal zwei grüne. Das ist ein grünes Tor. Die beiden roten. Das ist ein rotes Tor. Lauft sozusagen auf eure Lieblingsseite am Anfang drauf zu. Beim Hütchentor passt auf eure Mauer. Dann nimmt er den Ball wieder an und läuft in der Mitte zurück. Danach geht es wieder zu eurem Ausgangshütchen. Jetzt nochmal auf die linke Seite. Erik macht beim Hütchentor den Pass auf die Mauer. Nimmt den Ball wieder an und läuft dann in der Mitte zurück. Sucht sich dann das andere Hütchentor aus. In diesem Fall das rechte. Spielt die Mauer an. Nimmt den Ball schön mit der Innenseite wieder an und läuft zurück. Das ganze könnt ihr jetzt immer im Wechsel machen. Rechte Seite, linke Seite. Und beim nächsten Mal wird Erik einfach mal vom blauen Kegel pendeln. Das wir hier auch wieder probieren, bestimmte Techniken zu benutzen. In dem Fall pendeln. Und am Hütchentor kommt dann aus der Bewegung der Pass auf die Mauer. Dann geht es wieder zurück. Dann pendeln wir nochmal durch das linke Tor. Super. Beim nächsten Versuch nehmen wir die rechte Innenseite. Und schöner Schuss. Feuer. Genau. Und jetzt mal die linke Innenseite. Und das gleiche können wir auch mit der Außenseite mal machen. Rechte Außenseite. Aber wenn ihr zu zweit seid, Mama und Papa sind dabei. Dann könnt ihr es da so machen, dass Mama oder Papa oder euer Freund immer ansagt. Zum einen auf welche... Oh! Kleiner Fehler. Da habe ich Zeit zum erzählen. Ihr könnt der Mama oder Papa sagen. Die sollen euch sagen, ob ihr mit welchem Fuß. Also rechts oder links. Und mit welcher Technik. Außenseite, Innenseite. Oder ob ihr pendeln sollt. Den Ball mitnimmt. Und dann am Ende noch welches Tor. Jetzt zum Beispiel sage ich einfach mal pendeln. Rechtes Tor. Oder ich sage Außenseite, linkes Tor. So könnt ihr das ein bisschen spannend machen. Das heißt, ihr müsst auch noch ein bisschen mit dem Kopf arbeiten. Immer drauf hören, was die Eltern sagen. Pendel, linke Seite. Okay, super. Weiter geht's. Wir kommen zum Finale der Übung. Tommi seht ihr jetzt, der macht die Kegel ein bisschen enger. Wir machen jetzt nebeneinander und simulieren jetzt folgendes, dass wir einen kleinen Minitrick machen. Die Hütchen sind eure Gegner. Okay, ihr lauft auf die Gegner zu. Ganz normal im Tempo. Und wollt dann an der Seite an dem Vorbeilauf. Das heißt, ihr streichelt, wenn ihr vorhin geht, rechts zur Seite. Ja, wenn ihr den rechten Fuß habt, schießt drauf und lauft zurück. Ja, ihr macht das wie immer. Ihr lauft drauf zu. Stoppt den Ball kurz und zieht dann rechts zur Seite. Ja, der Gegner läuft links an euch vorbei und ihr seid am Gegner vorbeigelaufen. Kleiner Minitrick zum Ende. Tommi läuft wieder drauf zu. Spielt zur Seite. Oder genau diesmal links. Jetzt kommt dieses Element wieder rein. Streichen über den Ball. Jetzt wieder Stimmen vom Gegner. Streichen über den Ball. Ja, zur Seite weg. Schießen aufs Tor. Ja, wir laufen wieder auf den Gegner zu. Stoppen den Ball. Gehen schnell zur Seite. Streichen zur Seite. Und sind am Gegner vorbei. Gleiches Spiel nochmal. Wir laufen drauf zu. Stoppen. Streichen zur Seite. Und sind am Gegner vorbei. Je öfter ihr das macht, desto leichter wird euch das fallen. Dass ihr dann irgendwann eine fließende Bewegung habt. Ärgert euch nicht, wenn es am Anfang nicht so klappt. Dann macht die Schritte. Drauf stoppen und dann zur Seite streicheln. Das sind zwei Elemente. Genau. Lügt das einfach mal. Und wenn wir uns dann alle live sehen, dann trickst ihr mich alle aus. Und Tommi auch. Und Claudi. Und zum Abschluss haben wir gleich das Abschluss-Spiel. Genau. Erik fühlt sich mal wieder gegen die Mauer. Unser Mauer-König. Und da wir ja zwei dazu brauchen, komm ich noch dazu. Miteinander oder gegeneinander? Genau. Also spielt den Ball im Abwechsel. Gegen die Mauer. Probiert in diesem Vierheck zu bleiben. Dann könnt ihr ruhig mal mitsehen, wie hoch euer eigener Rekord wird. Und das Ganze können wir auch gegeneinander spielen. Und das Ganze können wir auch gegeneinander spielen. Ja. So. Der Gegeneinander spielt. Zwei Kontakte erst mal selber dagegen. Und dann ist der andere dran. Punkt für Erik war ich im Haus. Noch eine Runde. 1-1-10. Okay. Das war's. Unser Training heute. Wir hoffen es hat euch Spaß gemacht. Probiert ruhig alles aus. Wenn irgendwelche Fehler passieren, dass es nicht stimmt. Dafür ist das Training da. Genau. Fehler sind erlaubt. Fehler sind immer erlaubt. Ja. Wir danken an der Stelle. Grüße von Claudi, sollen wir das sagen? Genau. Grüße von Claudi. Bleibt es unsere Mutter. Euer Erik. Und euer Tommi. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.